Dirty Minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 442 von Dirty Minutes Left, liebe Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörende. Wir trinken heute Level Up Gaming Drink Nuke Limette Blauhimbeere-Geschmack. Oh, mit 32 Milligramm von der Milikrofin. Das schmeckt wie irgendeine Süßigkeit aus der Kindheit. Ja, diese Himbeerbonbons. Welche Himbeerbonbons? Diese kleinen, harten Himbeerbonbons. Ich glaube, dass es das ist. Oder die Himbeer-Ahoi-Brause, nur halt ohne Sauer. Ja. Also dieser Fake-Himbeer-Geschmack, das ist das wahrscheinlich. Ich denke auch, das dürfte es sein. Ja. Ja, kann man machen. Habe ich gesagt, 32 Milligramm von der Milikrofin, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es das als Info. Wie geht es dir, Arne? Wir waren jetzt zwei Wochen, glaube ich, nicht auf Sendung. Ganz genau. Aus verschiedenen Gründen. War viel los, ja. Aber jetzt ist wieder hier Dirty Minutes Left am Start. Mit dem üblichen Programm. Wir haben ein Spiel gespielt. Das ist tatsächlich jetzt auch bei mir schon ein bisschen her, weil ich hatte das zur Vorbereitung von vor zwei Wochen gespielt. Aber macht ja nichts. Zero the Kamikaze Squirrel von der Sunsoft Collection 2. Es ist ein Maskottchen-Jump'n'Run, könnte man das, glaube ich, nennen. Wenn wir ein Maskottchen eingebaut haben. Eigentlich ganz lustig, finde ich. Ich finde, der Bildausschnitt, den man sieht, könnte ein bisschen größer sein. Ansonsten, ja, lustiges Jump'n'Run. Also, was ich mag an dem Spiel, Sprites sehen toll aus. Die Animationen sind super, auch in den Menüs. Es erinnert mich sehr schön an meine Kindheit, 90er-Jahre-Menüs mit flippenden Bewegungen und so. Ist immer cool. Die Geschwindigkeit erinnert mich an Sonic. Aber, genau wie du gerade gesagt hast, der Bildausschnitt ist viel zu klein. Das ist halt so ein Spiel für Leute, die Zeit haben, sich das Level einzubringen, damit sie wissen, was wo ist. Der Bildausschnitt bei Sonic ist auch zu klein für die Geschwindigkeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum ich Sonic nicht wahnsinnig gerne mag. Und dieses Spiel leider auch nicht. Also, ich hätte das als Kind wahrscheinlich gespielt, mir die ganzen Level eingeprägt und dann super gespielt so. Aber da bin ich einfach nicht mehr der Typ für. Vielleicht ist das Konzept auch schlecht gealtert. Also, ich sehe gerne ein bisschen mehr als eine Viertelsekunde in die Zukunft, wenn ich irgendwas spiele. Und das geht hier einfach nicht. Du rennst los, der beschleunigt auch so schön. Der hat genau das gleiche Momentum, wie heißt es auf Deutsch, Trägheit, wie Sonic. Der ist also, wenn der mal in Schwung kommt, so, dann ist der auch schnell. Und dann rennst du sofort in jeden Gegner rein. Der hat zum Glück einige Lebenspunkte und stirbt nicht sofort. Aber schön ist das trotzdem nicht. Abgesehen davon habe ich an etlichen Levelstellen, bin ich einfach nicht weitergekommen. Weil die Sprungpassage zu schwierig war, weil ich da vor einer Wand stand und ich hochkam und dann festgestellt habe, ich muss mit Anlaufen Doppelsprung machen, um da rüber zu kommen. Irgendwie so ein Strandlevel war das. Ich weiß nicht, fand ich einfach insgesamt alles nicht so gut. Also, das mag damals ein ganz gutes Spiel gewesen sein, weil es ist technisch ja völlig einwandfrei. Aber heutzutage würde ich das einfach niemandem mehr empfehlen. Haben wir schon Arrow the Acrobat gespielt? Ich glaube schon. Ja, den ersten Teil, ja. Genau, weil das nämlich, also das Kamikaze ist jetzt ein Spin-Off von diesem Spiel. Ja, es fühlt sich auch ein bisschen so an. Ja, ist richtig. Genau. Nur eben mit einem anderen Tier. Ich weiß nicht, was... Weißt du, wofür das Maskottchen ist, das Ding? Nein, es ist kein Maskottchen für irgendwas. Maskottchenspieler sind Spiele, die versuchen, ein Maskottchen einzuführen für eine Spielserie, wie Mario, wie Sonic. Ach so, okay, okay, alles klar. Das würde ich Maskottchenspiel nennen. Ich habe gedacht, das sei irgendwie ein Werbespiel gewesen. Nein, nein, wo die halt versuchen, einen Charakter als Maskottchen irgendwie zu implementieren und manchmal klappt es wie bei Mario und manchmal klappt es halt nicht wie bei Kamikaze, dem Squirrel. Richtig, ja. Ja, ganz genau. Ich habe mir ein Spiel ausgesucht, das hat kein Maskottchen für nächstes Mal. Es ist auch relativ öde, wenn ich mich erinnere, recht erinnere, aber ich habe gesehen, es gibt es einfach hier auf diesen Cartridges, nämlich auf der Sun... Ne, Quatsch, auf der Intellivision Collection 2 ist Reversi drauf. Intellivision... Ach, dann hat man wieder dieses komische Numpad, ne? Ist richtig. Aber wir haben das nun mal, wir spielen das auch. Reversi ist ein relativ bekanntes, altes Brettspiel. Habe ich noch nie von gehört. Echt nicht? Ach, spannend. Ja, cool, werden wir nichts mehr drüber reden. Wir haben auch noch einen James Bond geguckt. Den müssen wir jetzt auch nachholen. Das wird jetzt auch nächste Woche, wird auch wieder James Bond Woche. Also hier ist jetzt Bond, 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 ne? Richtig, genau. Wir werden auch... Also nächstes Mal kommt der Erste mit Daniel Craig, der hieß Casino Royale. Und dieses Mal besprechen wir Die Another Day, beziehungsweise Stirb an einem anderen Tag. Und da haben wir glücklicherweise, wie immer, einen Kommentar bekommen von Nils, den ich direkt hier mal einspiele. Moin allerseits und ich bin wieder da. Und ich hoffe wirklich, dass ihr nicht an einem anderen Tag sterbt, während ich was zu Die Another Day sage. Denn ich habe schon wieder solche Bauchschmerzen wie Tomorrow Never Dies. Also ich habe das ganz offensichtlich mit den Pierce Brosnan Filmen, die irgendwas mit Sterben zu tun haben. Ich bin nicht so richtig zufrieden. Ich bin nicht satt, könnte man sagen. Natürlich sieht das total spannend aus. Wir haben einen James Bond, der außerhalb des Systems arbeiten muss. Noch geheimer als geheim, weil M ihm die Doppel-Null entzogen hat. Das ist ja schon mal eine total geile Ausgangssituation. Wobei die Ausgangssituation noch viel cooler eigentlich ist. Wir sehen einen halbwegs gebrochenen James Bond, der 14 Monate eingesperrt und gefoltert worden ist. Ja, und dann kommt, wie schon von Holger angeteasert, der Mensch mit den Diamanten im Gesicht. Oh meine Güte. Graves, ja, auch irgendwie so ein Abziehbild eines Bösewichts. Das ist so ein bisschen Comic-artig, hatte ich das Gefühl. Bisschen zu viel. Jinx genauso, die ist völlig drüber. Ein Karlauer nach dem anderen. Aber nicht nur Jinx, sondern auch andere Figuren. Die Nummer mit Moneypenny ganz am Ende, die in ihrer Virtual Reality endlich, und ich mache mal wieder meine bekannten Gänsefüßchen, mit James Bond rumknutscht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da war so viel Potenzial drin. Aber ich war tatsächlich nicht satt und ich war auch nicht zufrieden. Das ist wieder so ein bisschen, ja, wie bei Dying Another Day. Ein Film, den ich eigentlich gut finden sollte. So richtig schlecht ist er nicht. Also weit weg. Aber, ja, was mache ich denn jetzt? Also würde ich sagen, ich gebe einfach mal ein paar Punkte. Und, ja, ich will jetzt nicht gemeiner sein, als ich hier schon vorher war bei Tomorrow Never Dies. Also gebe ich auch hier 005 Hot Can Martinis, obwohl ich nicht satt bin. Ich hätte auch mit 5 gerechnet jetzt nach der Ansage. Ja, schönen Dank für deinen Kommentar. Ich würde ihn tatsächlich ein bisschen ähnlich bewerten. Da ist, eigentlich haben wir alles schon mal gesehen. Also, gut, Nordkorea als Gegend ist natürlich neu, aber Icarus Projekt, wir haben den, der Mann mit der goldenen Kanone, nee, das war der andere, The Man with the Golden Gun, der hatte auch so einen Laser, den er benutzen wollte, um irgendwas wegzulasern. Dann gab es Diamantenfieber, wo es auch diesen Laser gab, der irgendwas weglasern wollte. Also, das Konzept ist irgendwie nicht so neu. Was neu war, und das gefiel mir tatsächlich ganz gut, war, dass die Titelmelodie zur Story beigetragen hat. Das fand ich tatsächlich innovativ. Das haben wir bis dahin nicht. Ich glaube, das haben wir auch fortan nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Normalerweise erzählen die ja so ein bisschen Foreshadowing, was der Film eigentlich so macht. Irgendwelche Tarotkarten und so hier bei, naja, never mind. Und was ich auch ganz cool fand, war Miranda Frost, die sich als Doppelagentin da tatsächlich, also es funktioniert für mich. Die ist eine ganz coole Figur, die ruhig ist und besonnen und böse und einfach. Man könnte sagen, sie ist frostig. Könnte man sagen, ja. Das ist natürlich auch ein angenehmer Wortwitz. Ja, was gab es noch? Gustav Graves, der dann eigentlich Colonel Moon war. Fand ich tatsächlich ganz nett, aber jetzt auch nicht überraschend, weil wir haben ja diese Maschine schon relativ früh gesehen. Also diese, also nicht nur, dass wir sie auch sehr, sehr früh in Bonn-Filmen schon gesehen haben, Gesichtsänderungen und so, sondern auch hier in diesem Film, dieses Pseudo-Alcatraz. Ja, weiß ich nicht. Also, ich fand den Film ganz unterhaltsam. Auch diesen albernen Schwertkampf, so wo unfassbar teure Dinge kaputt gehen. Das stört sich aber alles nicht. Und dann, war ja nur ein Spaß. ne, komm. Die Eiswelt fand ich witzig. Das Auto fand ich cool. Ein Z8 ist natürlich ein ganz schönes Auto, so. Ja, ansonsten. Da war, der Z8 war im vorherigen Film. Wir hatten hier den Aston Martin Vankich und den Jaguar. Ja, richtig. Richtig. Ich hab nur, ich hab nur im Kopf gehabt, wie der im, wie der Eispalast rumfällt. Das passiert, das passiert ja bei diesen, bei den letzten, das passiert ja bei diesen letzten Pierce Brosnan Filmen gerne, das ist mir ja auch passiert, dass man die echt leicht durcheinander bringt, weil die sich halt auch irgendwie alle, so von der Optik her ähneln. Du könntest Szenen aus dem einen, ich würde jetzt sagen, von den letzten drei Filmen, könntest du Szenen ohne Probleme zwischen den Filmen austauschen. Ja. Und es würde nicht großartig auffallen, glaube ich. Ja. Und der Eispalast war natürlich cool, bis auf die Tatsache, dass am Ende fährt er da ja mit dem Auto drumherum, um sie ja zu retten hier, die, die Amerikanerin, Hal Berry, Jinx, und alles, alles ist einigermaßen trocken, es tropft runter, ne, bis auf der eine Raum, wo Jinx eingesperrt wird, der ist komplett unter Wasser. Ne, das ist ja aber auch Absicht gewesen, da haben sie auch extra drauf gelasert, also das ist das schon, kann man sich schon reden. Ja, ich weiß es nicht, nein, nein, also, wenn, dann wäre alles, glaube ich, unter Wasser. Ja. Auch welche Teile des Eises tragen, und welche nicht tragen, ist auch sehr plotrelevant hier in diesem Film, also. Ja, ich fand, ich fand, Havanna fand ich ganz cool am Anfang. Meine, ich habe den mit meiner Frau zusammen geguckt. Mhm. Meine Frau ist Südkoreanerin. Sie fand diesen Film absolut schrecklich, weil, sie gesagt hat, die ganze Zeit, die Nordkoreaner, die reden total scheiß Dialekt, die sprechen keinen nordkoreanischen Dialekt, die sprechen aber auch keinen südkoreanischen Dialekt, sondern die sprechen einen Ausländer Dialekt. Also, es sind auf jeden Fall keine Koreaner, sondern Amerikaner, die halt Koreanisch sprechen oder so. Und sie fanden das halt, sie fanden das ganz schrecklich, den Teil auf jeden Fall. Ansonsten, ich habe an diesen Film Erinnerungen, weil ich damals, als der Film rauskam, glaube ich, war ich in der fotocommunity.de sehr aktiv. Okay. Und da war einer, der hat Fotos editiert, relativ viel, und der hat halt dieses Diamanten, diese Diamanten im Gesicht, häufig in Fotos rein editiert. Und daran denke ich halt immer, wenn ich diesen Film sehe, dass sie sagen, ah ja, der Typ in der Fotocommunity, was der wohl macht. Ja. Ja. Aber ist auch irrelevant. Ja. In meiner Erinnerung übrigens, fliegen sie da in einem Zeppelin rum, statt in einem Flugzeug am Schluss. Hm. Seltsam. Also, weiß nicht. Gut, als nächstes gucken wir Casino Royale. Eins, zwei, drei, vier, fünf Bonds haben wir noch übrig. Weil ich Filme, genau, Schauspielende nur noch einen einzigen. Genau. Richtig. Wir kommen in die nächste Ära quasi, nach der Bonds ja immer irgendwie sortiert werden. Ja. ja, ja, ja. Das ist jetzt auch bei mir, ich habe das ja als Blu-ray-Box und da sind jetzt noch die nächsten Filme in einer extra Hülle. Also, das sind immer so zettige Hülle und jetzt die nächsten separat wieder. Ja, ich habe extra gewartet, bis sie günstig waren und sie waren jetzt vor zwei Wochen oder so, sind die von 10 Euro bei iTunes, auf 7 runtergegangen und da dachte ich, jawohl, das ist der Moment. Perfekt, bevor ich sie brauche. Ja, ich habe sie halt alle irgendwie bei Amazon UK gekauft. Waren auch relativ günstig. Aber ich habe gesehen, die gibt es ja auch alle oder viele auf jeden Fall bei Amazon Prime. Also, wer Amazon Prime hat, kann das da auch wohl gucken. Genau, gibt es ja halt jetzt auch irgendwie seit drei Wochen oder so. Aber da gibt es ja die ganzen Extras nicht, die ich ja auch echt cool finde. Also, so die Extras zu so einem Film gucken ist in vielen Fällen spannender, als den Film selber zu gucken. Gerade bei den Chris Brosnan Bonds fand ich das wirklich echt besser. Ja, das ist etwas, was ich ja absolut nicht gemacht habe. Erzählt eine bessere Geschichte, ist spannender, die Effekte sind besser. Nein, nicht so viel Pashing hier. Ja, also, ich schätze sie ja für ihren kulturellen Wert durchaus, aber als Filmessenzial. Wir haben ja über alle gesprochen. So, jetzt kommen bald die nächsten. Du warst ein bisschen unterwegs. Das ist richtig und das ist auch der Grund, warum wir jetzt ausfallen wurden. Ich war nämlich an dem letzten, also, was war denn das für ein, der letzte Samstag im September, da war ich in Hannover, weil nämlich Angela da ein Mammutmarsch gewandert ist. Das tut mir sehr leid. Hannover mag ich ja absolut nicht. Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, okay, was ist das hier? Marsch, ja gut. Sie ist jedenfalls 42 Kilometer gewandert, hat sich dafür eine Weile lang Zeit genommen, wie das auch sinnvoll ist. Und ich bin mit den Kindern und meiner Schwiegertante da gewesen und wir haben uns die Stadt angeguckt. Eins vorweg, wir waren am Abend vorher in Gestacht, haben den Wagen nicht komplett aufgeladen bekommen in der Nacht und sind dann mit nicht ganz vollem Akku losgefahren und sind dann mit vier Kilometer restreich weiter an unserem Ziel, dem Start des Mammutmarsches, angekommen. Das fühlte sich etwas sehr seltsam an. Wir hätten natürlich einfach zwischendurch irgendwo laden können, aber dann wären wir zu spät gekommen und das wollten wir natürlich nicht. Deswegen war das etwas heikel und natürlich in dem Moment, wo ich dann eine neue Ladesäule suchen muss, einfach mal gucken, wo in Hannover so Ladesäulen sind. Ich hatte mir extra ein Programm besorgt, vorher hatte, hatte mit Malik und Basti darüber gesprochen, wie man das so anstellt, weil ich habe noch nie wirklich extern laden müssen und mir war klar, an dem Tag werde ich das müssen. Also habe ich mir irgendwas von Hannover, weiß ich nicht, wie die Lade-App da heißt, eine App geladen. Aber natürlich, es war Ende September und genau dann ist mein Datenvolumen alle gegangen und ich konnte plötzlich nichts mehr laden. Das heißt, ich habe mit Mühe und Not dann in meinem Auto rausgefunden, wo die Ladesäule ist und dann habe ich die Navigation dahin gestartet, sagte das Auto, ich weiß nicht, ob ich dich da noch hinbringen kann, am besten du suchst mal die nächste Ladesäule auf. Was? Das ist doch genau mein Plan. Konnte mich jedenfalls also nicht navigieren, was ich echt bescheuert fand und dann bin ich halt so auf gut dünken in die Richtung gefahren, habe dann zum Glück diese Ladesäule gefunden, das war morgens um kurz nach acht, da war halt auch noch nichts los und dann habe ich zum ersten Mal an einem Schnelllader versucht zu laden. Das hat mit der App natürlich nicht geklappt, weil die nicht loot, aber ich hatte eine einzige Ladekarte und mit der ging es dann und das ist auch so ein Moment, da ist dir wirklich egal, was es kostet, Hauptsache das Auto hat wieder Strom. Und dann haben wir dann eine Viertelstunde gestanden und geladen und in der Zeit irgendwie 20% Akku geladen, also es ging rasend schnell mit so einem Schnelllader, das ist wirklich sehr gute Alternative zum früheren Tanken und wenn man unterwegs ist, absolut hilfreich. Ja und dann haben wir halt den Rest des Tages relativ entspannt verbracht, weil manche Ladesäulen funktionierten dann nicht, also wir haben dann häufiger den Ort gewechselt, das war ein Samstag, wir sind dann zum Park herangefahren, da funktionierte die Ladesäule aus irgendwelchen Gründen nicht, war aber dann nicht so wichtig, da haben wir halt woanders geladen und sind dann relativ entspannt wieder nach Hause gefahren abends. War ein aufregender Tag, also gerade am Anfang da diese wenige Restreichweite, hast du sowas schon erlebt? Also mit wenig Restreichweite? Nein, absolut nicht, nein. Also meine Frau hatte ein paar Mal Angst, weil wir irgendwie mit 15% Restladung angekommen sind zu Hause, aber das ist nichts, wo ich mir, da habe ich mir noch keine Sorgen gemacht. Okay, also wir haben halt irgendwie dann bei, ich glaube wir waren bei 7% oder so am Schluss und das Blöde war halt, dass der Akku relativ überraschend schnell runtergegangen ist. Wir sind irgendwie mit 50 Kilometer Restreichweite losgefahren und als wir dann ankamen, waren es halt nur noch vier. Da weiß ich nicht genau, was da los war. Es war halt kalt morgens, wir haben geheizt, das haben wir dann irgendwann unterbunden. Aber ansonsten war das eine relativ entspannte Geschichte. Also unterwegs laden ist nicht so ein Problem. Ladesäule finden, die frei ist, war dann später vielleicht schon ein Problem, aber ansonsten easy. Wart ihr in den Herrenhäuser Gärten? Nee, wir haben die Rote Linie verfolgt. In Hannover gibt es nämlich eine 4,2 Kilometer lange Rote Linie auf dem Fußboden gemalt und da kann man sich so ein kleines Büchlein zu kaufen, kostet dreieinhalb Geld. Und da steht alles mögliche drin zu den ganzen Dingen, die man da sieht. Verschiedene Teile der Altstadt, verschiedene historische Gebäude und so. Und als wir das dann gemacht hatten, habe ich gedacht, oh Mensch, Hannover ist doch eigentlich eine ganz schöne Stadt. Da gibt es doch ganz schöne Sachen zu sehen. Und vorher habe ich halt gedacht, ja, es ist Hannover. Also wer Hannover mit dem Auto bereist, der sieht nicht viel Schönes. Da muss man schon zu Fuß sein. Habt ihr das Pferd gesehen am Bahnhofsvorplatz? Nicht bewusst, nein. Aber insgesamt fand ich Hannover jetzt schon ganz cool. Also kann man sich schon mal angucken. Da muss ich ganz stark widersprechen. Das Rathaus zum Beispiel hätten wir zum Beispiel hochgewollt, aber das war natürlich unmöglich, weil alle Mammutmarschleute da waren in dem Moment und dann natürlich hochwollten. Und dann waren uns die Zeiten zu lang, die wir da gebraucht hätten. Ich habe ja mal einen Monat aus Hannover gelebt, bis ich dann entschieden habe, das geht nicht. Okay. Das halte ich hier nicht aus. Ich bin, damit ich wieder jeden Tag aus Bremen gependelt, das verbessere. Ja, das kann ich dir schon vorstellen, muss ich sagen. Ja. Na gut. Und das Wochenende drauf war ich deswegen nicht zugegen, weil da die Spiel war, die Spielemesse in Essen. Und da bin ich Donnerstagmorgen um 2.30 Uhr aufgestanden, um kurz nach 3 Uhr loszufahren. Aber da bist du in Zugang gefahren? Nee, da bin ich mit einem Benzinwagen mitgenommen worden. Und da haben wir uns ganz gut unterhalten. Phil, Freund von mir, mit dem ich immer Frostpunk spiele. Und wir haben dann auch zusammen quasi das Hotel gebucht gehabt und haben da auch quasi unsere Räume nebeneinander gehabt. Das war ganz angenehm. Am ersten Tag sind wir auch rumgelaufen, haben uns alles mögliche angeguckt. Gab viele spannende neue Spiele, ganz viele Sachen. Wir haben zum Beispiel Towns Folk Tassel angespielt. Das gefiel mir ganz gut. Und ich hab mich natürlich vorgestellt bei Thundergriff Games, die ja ihren Stand da haben, wo ich dann die nächsten drei Tage auch quasi als Erklärbär am Stand war und Spiele erklärt habe. Und das war so cool. Es hat mir so viel Spaß gemacht, da einfach Leuten Spiele zu erklären. Die Spiele von Thundergriff, die mag ich fast alle. Manche von denen kenne ich nicht und andere finde ich okay. Aber die meisten finde ich ziemlich gut. Und das hat funktioniert. Also schon am Donnerstag waren irgendwie zwei Sachen ausverkauft, eine Erweiterung für Darwin's Journey und das Spiel Catacomb. Und Sonntag waren dann irgendwie sechs Sachen ausverkauft. Und das war also eine ziemlich erfolgreiche Geschichte für die. Das ist im Grunde eine spanische Firma, aber Italiener sind quasi, also das ist eine Firma, die in Spanien sitzt, auf dem Papier, aber in Wirklichkeit aus vor allem Italienern besteht. Und deswegen hab ich mir jetzt vorgenommen, um Italienisch zu lernen, weil dann nämlich aus dem Team drei Leute fast nur Italienisch sprechen und kein Englisch und ich mich mit denen gern unterhalten will. Denn als Planung fürs nächste Jahr ist uns vorgeschlagen worden, also mir und den zwei NiederländerInnen, die, mit denen ich da geholfen habe, drei glaube ich sogar, dass wir einfach mit denen zusammen in der Wohnung wohnen werden, die ganze Spiel über. Das heißt, wir sehen die dann auch abends privat. Und das ist tatsächlich der Moment, wo ich dann Italienisch brauche, um mich da unterhalten zu können. Und deswegen plane ich jetzt, Italienisch zu lernen. Garzo. Ja, zum Beispiel. Pronto. Proximo. Jetzt lerne ich also Italienisch brav bei Duolingo. Und wenn das nicht reicht, dann weiß ich nicht, gucke ich mir italienische Streams an oder so. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die sehr cool sind. Zum Beispiel ein Spiel, ein Kampagnen-Space-Spiel, namens ISS Vanguard, wo quasi die Grundprämisse der Geschichte ist, dass in jedes Lebewesens DNA ein kleiner Code gefunden wurde, der zu einer bestimmten Sternenkonstellation führt. Und dann wird zehn Jahre lang ein Schiff gebaut, um diesen Sternenort anzufliegen. Und das ist die ISS Vanguard. Und damit zieht man dann los. Ich habe selber noch kein bisschen davon gespielt. Ich habe gestern Abend eine gute Stunde damit verbracht, die ganzen Karton zu öffnen und die Sachen zu sortieren, die da drin sind, anhand einer Anleitung. Und freue mich da richtig drauf, das jetzt spielen zu können. Ja, so viel zu meiner Spielreise. Nächstes Mal bin ich also statt von Donnerstag bis Sonntag von Mittwoch bis Montag da, weil natürlich der Aufbau und Abbau da auch noch zukommt. Hast du Nicolas Wurl getroffen? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ganz viele andere coole Leute getroffen. Okay, weil der war nämlich auch, der hat beim Methodisch Inkorrekt berichtet, dass er auch drauf auf das Spiel war. Und vielleicht habt ihr euch hier gesehen. Nee, zufällig nicht. Habe ich aber auch vorher nicht gewusst. Ich habe allen gesagt, dass ich bei Thundergryph am Stand bin und sie mich da besuchen können. Das haben einige gemacht. Das war echt, war cool. Kann ich empfehlen. Also auch nur für einen Tag mal hinzugehen. Es war zum ersten Mal ausverkauft, die Spiel, also die Gesamt-Tickets waren ausverkauft und die Tickets für Donnerstag, Freitag und Samstag waren dann irgendwann ausverkauft. Hat man auch gemerkt, da ist dann später nicht mehr so viel los gewesen. Also Samstagabend war schon nicht mehr so viel und Sonntag dann halt auch so ab Nachmittags nicht mehr. Aber sonst war es richtig voll. Aber klar, alle Leute, die irgendwie wichtige Spiele kaufen wollen, die gehen halt Donnerstag direkt morgens hin und nehmen die dann mit und dann ist halt durch. Ja, so, das war das. Deswegen konnte ich natürlich auch sowohl letzte Woche, ich konnte nicht beim Parkrun teilnehmen und ich kann auch jetzt diese Woche konnte ich auch nicht beim Parkrun teilnehmen, weil ich nämlich im Hansapark war. Da erzähle ich nichts mal drüber. Und dann werden wir auch zukünftig nicht aufnehmen. Also wir machen jetzt so eine Aufnahme und dann den restlichen Oktober nicht mehr, weil ich dann nämlich schon wieder im Urlaub bin. Aber auch da erzähle ich nächstes Mal mehr drüber. Naja, das heißt, nächste Folge wird ja wieder eine James Bond-Folge. Genau. Und dann die erste, bist du Anfang November, also erst November wieder da? Nein. Anyway, dann wird es halt auf jeden Fall mindestens... Genau, es werden jetzt einige Bond-Folgen hintereinander... Es geht halt mit Bond weiter. Richtig, so sieht es aus. Also da wird einiges auf euch zukommen. Jede Folge einen Bond-Film. Wer hat noch mal, wer will noch nicht. So. Genau. Ja, also das war... Und keine Sorge, wir haben einen, wir wissen schon, was wir als nächstes gucken wollen. Ja, Cassino Royale. Nein, ich meine nach den Bonds. Ach so, ja, ja, genau. Es geht weiter mit unseren Filmprojekten. Das wird ziemlich geil. Wir haben da Konzepte für die nächsten Jahre. Ja. Bis nächste, ein Jahr haben wir geplant. Aber das komplett durch. Ja. Ich glaube, wir müssten da nochmal gerade drüber reden. 25, November 2025 steht hier bei mir drin, als letzter Film, der geplant ist. Aha, gut. Okay. Okay. Kurz bevor ich... Ich hatte letzte Folge darüber erzählt, dass ich mir möglicherweise einfach einen neuen 3D-Drucker kaufen wollen würde, vielleicht mal irgendwann so. Ja, das ist jetzt passiert. Und der ist natürlich direkt an dem Samstag, nee, an dem Freitag gekommen, bevor ich in Hannover war und bevor ich dann auf die Spiel gefahren bin und deswegen hatte ich kaum Zeit, den einzurichten vorher, habe meinen Schreibtisch erweitern müssen, weil nämlich sowohl der Drucker ein Stück größer ist, als auch der Kasten, der dabei steht. Es ist ein Anycubic Cobra 3 Combo. Und der Teil Combo besagt, da ist ein Kasten bei, wo vier Rollenfilament reinkommen, den man auch beheizen kann, damit die trocknen. Und die dann auch gleichzeitig, nee, gleichzeitig nicht, aber nacheinander dem Drucker zugeführt werden, auf dessen Wunsch hin. Der kann also vier Farben gleichzeitig, nein, nacheinander, aber so drucken, ohne dass man da händisch was wechseln muss. Und das führt dazu, dass es einfach total cool ist, damit Sachen zu drucken. Theoretisch könnte man damit bunte Figuren drucken. Praktisch werde ich das aber nicht machen, es sei denn, es ist wirklich ein Notfall, weil jeder Filamentwechsel einfach, ich würde schätzen, fünf bis sechs Gramm Filament kostet. Weil der natürlich die Düse leer machen muss von dem alten Filament, dann das neue da reinschmeißen und das dann natürlich auch nochmal so lange durchpusten, bis es halt weg ist. Deswegen kommen da dann so kleine Knüdel raus, die werden im Fachjargon Printer Poop genannt und die sind einfach Müll. Und wenn man diese Wechsel also unterbinden kann und das Problem ist ja, wenn man das schichtweise druckt, das ganze Ding, so eine Pikachu-Figur, die hat halt eine schwarze Wange, dann hat sie eine rote Nase oder andersrum, ne, rote Wangen, schwarze Nase, so. Das heißt, man braucht auf jeder Schicht alle Farben, ne, gelb und rot und schwarz und dann gibt es halt pro Schicht immer einen Wechsel, mehrere Wechsel und die kostet einfach viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel Filament. Deswegen ist das nicht mein Plan. Mein Plan ist es aber, damit Schilder zu drucken, aus Plastik, die man sich irgendwo hinhängen kann, also, ne, ob es jetzt kleine Münzen sind oder größere Schilder, das funktioniert super, weil wenn man nur eine Schicht braucht, weil das Ganze in 2D ist, Text oder ein Bild oder so, dann gibt es halt wenige Wechsel und man kann trotzdem bunte Sachen machen. Und natürlich alle, alle Filamente, die ich da gleichzeitig drin habe, die werden natürlich gleichzeitig getrocknet und ich kann viel schneller wechseln. Ich kann sagen, das Ding möchte ich jetzt einfach in der Farbe drucken, ohne dass ich händisch ein Filament wechseln muss und das nächste Ding Druck geteilt halt in einer anderen Farbe. Der ist viel moderner als mein letzter Drucker. Das zeigt sich an diversen Dingen. Zum Beispiel hat er eine Vibrationserkennung. Das heißt, bevor er loslegt mit dem Druck, kann man sagen, mach mal erst eine Vibrationserkennung, dann rüttelt er alles, was er hat, um die Eigenfrequenzen seiner Umgebung zu erkennen und die dann beim Drucken nicht zu treffen, damit er sich nicht vom Tisch rüttelt zum Beispiel. Das finde ich total clever. Es ist ein sehr beeindruckendes Schauspiel, wenn er dann loslegt, um diesen Test zu machen und er ist einfach erheblich schneller und das ist wirklich beeindruckend. Also er bewegt sich so schnell, da hätte ich gedacht, das ist ein Speed Video von einem Drucker, der drucken kann. Beeindruckend. Also gefällt mir super gut, das ganze Gerät. Hat er jetzt ein Problem? Das haben wohl von diesen Anycubic Cobra 3 Druckern manche, dass das Hotend, also der Teil, der sehr heiß wird, wo das Filament dann durchgedrückt wird, dass der wohl ein bisschen geleckt hat und das hatte ich dann auch. Ich konnte drucken, aber trotzdem hat es dann zwischendurch irgendwie Probleme gegeben und es innerhalb des, also am Hotend draußen ist so ein Silikon, so eine Silikonhülle drumherum und zwischen der Hülle und dem Hotend selber war halt Filament drin. Da habe ich gesagt, hier ist Support, wie sieht es aus? Dann haben die mir ein neues geschickt. Damit habe ich das Problem nicht. Also alle neueren Versionen, die ausgeliefert werden, sollten das nicht haben. Ich bin begeistert, also gerade wie viel schneller dieser Drucker ist und auch durch diese Vibrationsgeschichte, wie viel leiser der dadurch druckt. Alles cool, gefällt mir sehr gut. Kann ich jedem empfehlen, Drucker, 3D-Drucker ist schon sehr cool. Alles andere ist nur noch Bonus. Ja, so 3D-Drucker, das war mein Sermon dazu. Was machst du so? Ich habe angefangen mit meiner Lücken Carrera-Bahn zu spielen. Die ist jetzt eine gute 2 Jahre alt. Noch nicht ganz 2,5, aber bald. Und das klappt erstaunlich gut. Sogar mit, also in Zwitten hat sie es begriffen, dass sie in die Kurve nicht mit Vollgas reinfahren sollte, weil sie dann so rausfliegt. Ah. Und das ist ganz cool. Das macht richtig Spaß, finde ich. Ich habe diese Carrera-Bahn irgendwie vor, keine Ahnung, gut 10 Jahren gekauft. 2011 war das. Deutlich leer, mehr als 10 Jahre. Und jetzt wird es endlich mal wieder eingesetzt. Sie standen relativ lange nur rum. Ja, sehr gut. Und ich bin dabei, jetzt so nach und nach die auch zu erweitern. Ich habe noch so zusätzliche Sachen gekauft, also mehr Schienen und so. Und ich muss eigentlich auch noch ein größeres Netzteil kaufen. Bin dabei, Lampen zu basteln, die ich dann an die Carrera-Bahn anschließen kann, sodass man da auch, dass die so eine Straßenbeleuchtung hat und so. Das ist cool. Das finde ich tatsächlich cool. Kannst du im Dunkeln spielen trotzdem die ganze Bahn sehen. Genau. Ja, das wird ganz cool. Ansonsten habe ich ein bisschen bei Nintendo geguckt, was die so Neues haben. Und die haben einen neuen Wecker rausgebracht. Das ist ein bescheuertes Produkt. Das ist ein lustiges Produkt. Zum einen, es kostet teuer Geld. Also ein 100 Euro Wecker, also ein richtiger Wecker, den man sich an sein Bett stellen kann. Genau. Also es ist nicht nur eine Software. Rot gehalten, hat oben so einen weißen Bubble drauf, der beleuchtet ist und zeigt halt Uhrzeit an und Weckzeit. Und man kann halt verschiedene Themes drauf machen von den verschiedenen Spielen mit den verschiedenen Sounds geweckt werden. Und was lustig ist, der hat eine Personenerkennung. Das heißt, wenn man im Bett liegt und der Wecker geht halt los und dann bewegt man sich, dann macht der so, also wenn zum Beispiel bei dem Super Mario Theme ist, dann macht der Geräusche von den Münzen, von denen man einsammelt. und wenn man dann, wenn er erkannt hat, dass keiner mehr im Bett liegt, also dass man aufgestanden ist, dann macht der Level Complete Musik quasi. Und dann spielt er Musik ab. Das ist, finde ich ganz lustig, so ein Gamification Wecker, der dafür sorgt, dass du wirklich aus dem Bett kommst. Finde ich tatsächlich auch ganz cool, hat aber einen großen, großen Nachteil. Der funktioniert nur für Singles. Ja, der ist halt für Kinder gedacht. Der ist halt nicht für Erwachsene gedacht. Für Kinder finde ich 100 Euro viel zu teuer, ehrlich gesagt. So, und du kannst ihn momentan nur mit deinem eigenen, mit deinem eigenen Nintendo Account kaufen. Also mit deinem Nintendo Online Account oder wie das Ding heißt. Das bedeutet, wenn du zwei Kinder hast, kannst du nur einen einzigen kaufen. Nein, du darfst vier kaufen. Ah, na gut, okay, dann ist es ja immerhin, was das angeht, fair. Aber da fehlt mir tatsächlich die Funktion, dass sie miteinander reden, um zu erkennen, wie weit weg ist denn das Ding, was sich da bewegt, damit man links und rechts vom Bett einstellen kann und dann eben zwei Personen im Bett haben kann. also mehr als zwei ist jetzt nicht so der wahrscheinliche Fall, aber zwei Personen ist halt schon ein ziemlich wahrscheinlicher Fall für so Schlafsituationen. Ja, deswegen funktioniert für mich nicht. Ich finde das Konzept auch ziemlich cool. Einfach Wecker, der sich dann irgendwie meldet in dem Moment, wo man sich bewegt und erst wenn man sich richtig aufgesetzt hat, dann spielt er dann so einen Victory Sound und man hat es quasi geschafft. Das ist schon eine coole Geschichte. Vor allem, weil diese Nintendo Sounds ja auch einfach nicht nur ikonisch, sondern auch sehr gut sind. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, entweder Zelda oder Mario oder Splatoon. Es gibt angeblich demnächst auch noch Updates. Ich glaube, es gibt sieben aktuelle Versionen davon. Ich habe ein bisschen Angst, dass der halt in 20 Jahren nicht mehr funktioniert, weil der irgendeinen Update braucht und das nicht funktioniert so, weil es halt irgendwie ein online-fähiger Wecker wir werden sehen. Also momentan, jetzt kann man den jedenfalls kaufen. Und was mich am meisten überrascht ist, limitiert zu kaufen. Also irgendwie nur bis Januar oder Februar oder sowas und dann wird es den nicht mehr geben, glaube ich. Nee, andersrum. Bis Januar oder Februar ist der limitiert und danach ist der nicht mehr limitiert. Oder so. Also die wollen halt momentan den Demand, den Nachfrage möglichst noch erfüllen können, und so und dann irgendwann später produzieren sie halt mehr. Mich interessiert vor allem der Zeitpunkt. Warum haben sie den jetzt rausgebracht? Was genau? Weihnachtsgeschäft! Weihnachtsgeschäft, ja gut. Ich meine, Nintendo ist ja einfach auch eine Spielzeugfirma, die machen ja nicht nur Videokonsolen, so haben sie früher nicht gemacht und es wird sich ja auch zwischendurch, es ändert sich ja auch zwischendurch, die haben auch schon wieder schon allen möglichen anderen Kram rausgebracht, Schrittzähler und so oder Fitnessgeräte, die dann zwar auch immer irgendwie mit Videospielen zu tun haben, aber sie sind ja eigentlich vor allem eine Spielzeugunterhaltungsfirma, deswegen wundert mich nicht, dass sie zwischendurch mal Dinge rausbringen, die nicht Videospiele sind. Und von daher, ja, ich bin gespannt, was das, was das für einen Effekt hat, das Ding. Ich weiß, es gab schon lange, lange Patente von Nintendo, dass sie irgendwas mit Schlaf machen wollten, vielleicht ist das jetzt einfach so ein Nebenherprodukt, so, komm, wir müssen damit irgendwas machen, hau mal raus, das Ding jetzt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es sieht immer auf den Produktfotos so aus, als ob das ein rechteckiges Display ist, was in einem runden Gehäuse ist. Das heißt, du hast an den Seiten so Kreissegmente, die halt nicht Display sind und wenn die, keine Ahnung, in dem Team mal so Bilder einblenden, dann werden die halt so über das, was da vorher war, übergeblendet und das sieht ein bisschen hässlich aus. Ja, ist richtig. Ja, muss man sich einfach mal im echten Leben angucken. Auch wenn das Ding super teuer ist, glaube ich nicht, dass Nintendo da viel Geld reingesteckt hat, damit man dieses Display nicht sehen kann oder so. Ja. Das passt einfach nicht. Nintendo Alarmo heißt das Ding. Genau. Ich überlege, ob ich mir mal davon einen Klick oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich bestimmt nicht, weil wie gesagt, ich kann den nicht benutzen. Ich finde ihn zwar cool, aber nee. Ich überlege es. Mal gucken. Ja. Ist nicht das erste Schlafprodukt von Nintendo übrigens, weil die haben ja den Poké, wie heißt das Ding? Also zu Pokémon Go gibt es so einen Pokéball Plus Plus, glaube ich, heißt der. Und der kann auch Schlaferkennung über Vibrationen dann. Und der weckt aber, soweit ich weiß, es nicht. Sondern der macht einfach nur Schlaftracking und dann kannst du das in deiner Pokémon Go App angucken, wie du geschlafen hast. Okay. Also irgendwie scheint es schon länger auf der Handschirm zu sein. Ich habe ein paar Podcasts rausgebracht, ich vergesse bestimmt welche jetzt, aber ich erwähne einen, nämlich die 4 Unterdeck Folge 37 zur sechsten Episode der vierten Staffel von Star Trek Lower Decks. Path Ferengis Lieblingsort heißt die. Und die ist tatsächlich sehr niedlich. Da geht es um das Testen von Ferengi nahe als Föderations Beitrittsplanet und da muss der Reiseführer neu geschrieben werden und deswegen muss da alles mögliche getestet werden. Restaurants und Casinos und Hotels und so und da sind unsere vier Helden unterwegs und erleben die spannendsten Dinge. Rutherford und Tandy geben sich als Pärchen aus und das ist beiden peinlicher, als sie es gerne wollten. Also wir hatten viel Spaß bei der Besprechung, könnt ihr euch anhören. Ich habe ein paar Spiele gespielt und zwar ich habe Watchdog Legion durchgespielt, also natürlich nur hauptsächlich Story, wenig Sidequests, nur wenn es nötig war. The Hogger Way. The Hogger Way. Und ich finde das Spiel echt ganz cool. Also ich finde das Setting ganz cool, das ist ein London in der Zukunft, ein dystopisches London in der Zukunft, was dann auch erklärt, warum so viele Drohnen da rumfliegen und so was. Das ist sehr praktisch, wenn es in der Zukunft spielt. London ist eine coole Stadt und was halt ganz cool ist, man ist ja so ein Open-World-Spiel und bei Open-World-Spielen hast du ja häufig das Problem, dass du irgendwie Fast-Travel machen musst oder halt ewig lange von einer Stelle zur anderen laufen musst. Ja. Und was die da in dem Spiel gemacht haben, ist, da du ja nicht einen Charakter spielst, sondern du spielst halt, kannst halt ganz, ganz viele Charakter spielen. Du kannst immer Leute rekrutieren, die dann zu dir zur Verfügung stehen, die du dann quasi in deiner Hacker-Gruppe mitbenutzen kannst. Und immer wenn du eine neue Mission hast, die woanders ist, dann ist zufälligerweise schon irgendjemand aus deiner Gruppe dort in der Nähe. Und dann kannst du einfach den wechseln und kannst anderen dort spielen. Das ist nicht unbedingt immer die ideale Person dafür, für die Mission, weil eventuell brauchst du eine Mission, wo du jemanden hast, der ganz gut schießen kann oder jemanden, der ganz gut bedroht ist. Dann musst du den irgendwie hinbekommen. aber du kannst eigentlich alle Missionen mit allen Personen lösen. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm und das spart halt einen das Fast Travel. Es ist natürlich trotzdem mit Fast Travel nur halt irgendwie ein bisschen logischer nachgedacht. Und es gibt noch normales Fast Travel in dem Spiel, was halt die Londoner U-Bahn ist. Das finde ich halt auch ganz geil. Du kannst einfach zu einer U-Bahn-Station Fast Travel. Das erklärt das mal dann relativ ganz gut, finde ich. Und ja, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Es hat relativ durchschnittliche Reviews oder gemischte Reviews bekommen. Also manche Leute fanden es gut, so wie ich. Manche Leute eher nicht so. Also es ist von 50% bis 90% Wertung bekommen überall. Also sehr, sehr durchschnittlich. Oder sehr, sehr gemischt, sagen wir so. Nicht durchschnittlich, sehr gemischt. Und mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe die vorigen beiden Watch Dogs auch gespielt. Und jetzt bin ich irgendwie so in einer Situation jetzt weiß ich nicht, was ich spielen soll. Ich bin noch in so einem Loch reingefallen, nachdem ich das Watch Dogs durchgespielt hatte, weil ich wollte halt irgendwie was spielen, was erst mal was Kleines, was man schnell spielen kann. Und ich bin vor einiger Zeit ja schon mal in dieses Enter the Gungeon Loch gefallen, wo ich dann monatelang immer nur Enter the Gungeon gespielt habe. Und jetzt bin ich in das Dead Cells Loch gefallen, wo ich spiele die ganze Zeit nur Dead Cells. In Roguelive, wo man halt immer wieder von vorne anfängt, was aber sehr viel Spaß macht. Und jetzt muss ich nochmal, ich habe versucht, Red Dead Redemption. Was ist denn mit den Castlevanias? Bist du da durch? Nee, ich bin bei Castlevania von der PC Engine, wie heißt das noch? Rondo of Blood bin ich immer noch dabei, weil die Version, die ich habe, die hat nicht so eine Schnellspeicherfunktion, dass man hin und her fliegen kann. Und das nervt ein bisschen. Aber folgen da nicht noch welche? Willst du nicht vielleicht das einfach mal durchziehen und dann die anderen, die da folgen, spielen? Ja, vielleicht sollte ich das machen. Mal gucken. Das wäre doch mal ein ganz gutes Projekt. Ja, ansonsten spiele ich jetzt, habe ich gerade wieder mit Need for Speed so ein bisschen angefangen und das ist auch ganz cool. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, welches Need for Speed, aber irgendein relativ neues Need for Speed. Ja. Ich habe versucht, Red Dead Redemption 2 zu spielen. Aha. aber viele Leute sagen ja, das ist so ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich finde den, ich weiß nicht, ob das nur der Anfang ist oder ob es das komplette Spiel ist, weil ich habe es ja noch nicht lang gespielt, aber ich finde den Anfang so langsam und langweilig und ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt durchquellen muss, bis es irgendwann gut wird oder ob ich es einfach lasse. Ich wette, dass es ein sehr gutes Spiel ist, denn der Vorgänger war eine Zeit lang mein Lieblingsspiel. Es ist inzwischen nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob ich inzwischen eins habe. Der Vorgänger übrigens Red Dead Redemption 1 erscheint jetzt nach 14 Jahren für PC. Ich glaube jetzt irgendwann die Tage. Entweder ist es gerade passiert oder es passiert demnächst. Interessiert mich nicht wirklich, weil ich habe das Spiel halt gespielt und spiele es sowieso nicht auf dem PC, aber für Leute, die nur PC spielen, die haben jetzt halt die Möglichkeit, Red Dead Redemption 1 zu spielen, was ich für ein sehr, sehr gutes Spiel halte. Okay. Ja, es gibt aber genug sehr, sehr gute Spiele. Ja. Von daher sucht euch einfach irgendwas aus. Genau. Und ich habe auch einen Film geguckt, Wolves, auf Apple TV Plus hier mit dem Clooney und dem Brad Pitt und mir hat der Film sehr gut gefallen. Es geht irgendwie so um, es passiert ein, jemand stirbt und die Person, die eine, dann muss es halt aufgeräumt werden und es passiert, es kommen so zwei, Tatortreiniger ist das falsche Wort, weil die machen das nicht im Auftrag der Polizei, sondern eher im Auftrag von, das darf keiner wissen, was da passiert ist. Und ja, die beiden werden von unterschiedlichen Leuten beauftragt, da aufzuräumen und treffen dann an diesem, ich will nicht sagen Tatort, aber an der Stelle dann aufeinander und müssen dann miteinander auskommen. Und Brad Pitt und Clooney, ich glaube, die können ganz gut zusammen. Jedenfalls kommt das so auch in dem Film ganz gut rüber, dass die, da ist eine gute Harmonie, auch wenn die, also es ist natürlich eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden in dem Film, aber man merkt, glaube ich, dass die das, dass die das ganz gut hinbekommen haben und auch ganz gut miteinander umgehen können außerhalb von dem Film und also die, die, die Chemie zwischen den beiden, die stimmt, glaube ich, ganz gut. Und das hat, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ja, kann ich mir vorstellen. Hört sich gut an. Ich fand die ja schon in Oceans Zahl immer ganz gut. Ich habe jetzt angefangen, ein Hörbuch zu hören, das ist jetzt auch gerade vor ein paar Tagen erschienen, nämlich von Jason Schreier, das Buch Play Nice, die Story von Blizzard. Blizzard, die Videospielfirma, ist einfach, eine Zeit lang war das bei mir so, wenn ich gesagt hätte, ich brauche nur Spiele, ich dürfte mir nur eine einzige Firma aussuchen, von der ich Videospiele spiele, dann wäre es Blizzard gewesen. Die haben so viele fantastische Spiele rausgebracht über Warcraft, Starcraft, World of Warcraft, selbstverständlich, Overwatch, Lost Vikings, natürlich, also als deren Klassiker, haben so viele gute Spiele rausgebracht. Hearthstone, das ist wirklich beeindruckend und diese ganze Hintergrundgeschichte, die war mir halt nicht so klar und ich freue mich schon seit, seit Jahren freue ich mich auf dieses Buch, weil ich aus dem Podcast Triple Click, der Jason Schreier auch mitmacht, nämlich weiß, dass das kommen wird und jetzt höre ich das gerade als Hörbuch und bin bislang irgendwie, ich bin bei zwei Stunden oder so von neun oder von zehn und bin sehr gut unterhalten, da sind spannende Geschichten drin. Er hat irgendwie 350 Leute interviewt und aus denen dann quasi diese Geschichte zusammengebastelt und geht halt nicht nur auf die Entwicklung der Firma nach außen, sondern vor allem intern ein, also wie das dazu gekommen ist und welche Hürden es da gab und so. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst und das hat mir dieses Buch gesagt, dass bei Blizzard einst ein sehr junger Entwickler war, der Andy Weir hieß und das war sein Traumjob und dann ist er aber nach kurzer Zeit rausgeschmissen worden, weil er offensichtlich nicht den Anforderungen genügt hat und Andy Weir, dem ging es aber dann ganz gut, der hat so Bücher geschrieben wie Der Marsianer, erfolgreicher Film geworden. Ja, coole Geschichte, also Play Nice von Jason Schreier würde ich unbedingt empfehlen, wenn ihr euch so ein bisschen für Videospielgeschichte interessiert. Ich glaube, es gibt es bislang nur auf Englisch, muss ich dazu sagen. Ja, soweit dazu. Dann gehe ich am besten mal einen Casino Royale Film gucken. Macht das. Viel Spaß dabei. Und Reversi spielen. Und dann hören wir uns nächste Woche mal wieder. Ganz genau. Bis denn. Bis denn. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left.